so da bin ich wieder und mal schauen ob es in diesem level auch wieder so lange dauert ich hoffe es wirklich nicht also sonst ist etwas wirklich nicht mehr in ordnung und momentan sind auch die videos für herr der ringe schlacht der mittelerde gerade am laden auch gut und wir fahren wieder runter weil es so schön war und wir noch nie und ich kann es nur empfehlen schaut sie euch an die ersten zwei videos die ich und eddie gehen 89 90 gemacht haben also diese diese soundcheck sache ja verzeiht uns das aber wir fanden es eine gute idee was will der vorziehung gut ok ja eben noch mal zurück zu herr der ringe wegen dieser soundcheck sache wir fanden es noch eine gute idee leider da wir noch gerade am soundcheck waren ist eins von beiden sehr leise geworden also von der stimme her tut mir also sogar uns leid und wie ja naja könnt euch trösten die anderen sind die sind gut gekommen also finde ich auf jeden fall vorbei und ich hoffe ihr habt da einen spaß das ist hier auch ab springen die überschluchten ihr wisst was das heißt fail 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 nein quatsch ich weiß nicht zusammen die auch ab ich habe dich nicht gern ich mag dich nicht bei mir ein paar öpfel einsammeln ah so wenn man sich ich glaube bis jetzt habe ich noch alle kissen die gäste muss einfach kaputt geht du auch ab hier runter bonus das problem ist die denken dann immer schneller runter und wenn die dann werden die aus metall und ich kann sie dann nicht mehr zerstören und deswegen ich nehme sie macht sie lieber kaputt auch wenn ich dann nichts mehr oh heilige scheiße ich mache sie lieber kaputt auch wenn ich dann nichts bekommen aber ja dann habe ich wenigstens was so das macht dann 23 leben ist auch gut es soll sich zurück und einem auf springen äpfel einsammeln und das rein hui oh ne nicht wieder dieser rein ganz langsam vor und es war noch eine kiste d ich sollte jetzt keine kiste entgangen ich will auch nicht zu viel fluch mal schauen halbzeit das hat dann sieht aus als müsste ich dann kann es wiederholen und schweiz hier wir fahren mit dem tour start habe ich verpasst das ist mein ziel erster zu werden das ist hier eigentlich noch einfacher steht nicht allzu viel im Weg ich muss nur schnell erst da werden in durch ihn durch die die sieg ist auch die 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 das ist nein allahe nein nein Hau ab! Toll weil ich mich angesagt Bin ich ein Volldeb oder bin ich ein Volldeb? So und ich würde sagen jetzt mache ich das nochmal und diesmal richtig Jetzt habe ich schon mal Kisten in einem Farmkristall vorbei Ich habe es ja nicht nötig Diesmal bitte mit Turbostart Ohhhh zu spät Oder zu viel Eins von beiden Kiste Wer zwei Turbo Aure Kiste Hau! Ah! Mann! Ich fahre nicht nur Die fahren ein Auto und ich ein Motor Wieso denn das? Nein! Will mich ja nicht beschwören Links heißt links Da Innen durch Innen durch Ja! Wieder geklappt So und jetzt nochmal mit Turbostart Ah! Nein! Nein! Oh! Yes! Zweiter! Ich muss erster werden Ich muss erster werden Na gut Jetzt muss ich mich nicht mehr auf die Kisten konzentrieren Ja! Ja! Was meinst du? Das will ich jetzt noch schaffen Das kann ja nicht angehen Ja! Jetzt mal richtig Und hier vorbei Kisten können mir egal sein Naja Naja! Trotzdem einsam Jetzt hier im Toto So! Sehr schön! Sehr schön! Die Schanze Geh vorbei! Yes! So! Schon mal sehr gut Schon dritter Ab über die Schanze Wieder Hui! Ah! Wieder knapp in Du Nein! 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 Ah gut! Kann's noch schaffen Ich kann's noch schaffen Nichts riskieren Nichts riskieren Ja! 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 Hurra! Juhu! Yeah! Erster! Ich kann's noch! Juhu! Und nochmal ein Tänzchen Und dieses Angst, dass dir kein Tänzchen Sauerei Das nächste Mal Tom Time Bis zum nächsten Mal Tschüss!